Die Salzburger Lokalbahn bringt jedes Jahr rund 5 Millionen Fahrgäste von einem Ort zum nächsten. Die Zeit im Zug lässt sich ab sofort noch komfortabler verbringen, denn die gesamte Flotte der Lokalbahn ist jetzt flächendeckend mit Gratis-WLAN für alle ausgestattet. Das Internet für die Fahrgäste kommt dabei aus der Luft in den Zug. Das Internet wird über LTE, Mobilfunk, in den Zug gebracht und im Zug dann verteilt. Das WLAN ist so ausgelegt, dass es für 70 Fahrgäste zur Verfügung steht. Die Montage von Routern, Antennen, Kabeln und Co. hat mehrere Wochen in Anspruch genommen. Dabei fallen die neuen Antennen fast nicht auf. Das ist die Innenantenne, mit der sie die Telefone verbinden. Man muss auf die Gegebenheiten schauen, wo Platz ist, wo man durchkommt mit den Leitungen, wo man die Router montieren kann, wo man die Antenne montieren kann. Man braucht kleine Hände, weil sonst kommt man selten wo rein. Für die Fahrgäste lässt sich das Gratis-WLAN der Salzburger Lokalbahn sehr einfach nutzen. WLAN suchen. Dort dann das SLB Free Wi-Fi auswählen. Danach kommt die Anmeldeseite, auf der, wo auch Hinweise platziert werden. Dann unten auf Verbinden klicken und schon ist man im freien Willen. Surfen, E-Mails oder auch Videos schauen ist damit in allen Garnituren der Salzburger Lokalbahn kein Problem mehr.